Bei uns ist es eigentlich immer kein Ding, dass auch jemand, der vielleicht nicht in der Rookie-Liga mitfährt, der kommt dann einfach mit auf den Trainingserver und vielleicht sogar der Meister aus der letzten GT3-Liga und zeigt dir quasi oder schaut sich ein paar Runden von dir an und gibt dir Tipps, sagt dir, wo du einlenken musst, Bremspunkte generell. Oder es wird zum Beispiel auch gemeinschaftlich auf der Strecke gefahren, also da wird dann richtig quasi ein Coaching gegeben und das hat sich halt einfach über die Jahre immer mehr dazu entwickelt, dass ein Pool an Leuten und an Fahrern abends definitiv online sind und einfach ihren Abend bei uns ausklingen lassen. Herzlich Willkommen zu Beyond Simracing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Simracing-Akteure Deutschlands. Unser heutiger Gast heißt Erdi Hensel. Erdi ist Organisator der Abgefahren-Community und kennt die Entstehungsgeschichte von einer der beliebtesten Simracing-Communities Deutschlands. Im Podcast spricht Erdi darüber, wieso die Community in Zukunft ohne ihren Gründer Duki Hauser zurechtkommen muss und wie man Meisterschaften für Simracing-Neulinge ausrichtet. Wir wünschen euch viel Spaß bei Beyond Simracing mit Erdi Hensel. Erdi, ich freue mich sehr, dass du uns hier bei Beyond Simracing heute besuchst und ich würde gerne mit einer Geschichte anfangen, die wirklich verrückt ist. So gut wie jeder nennt dich Erdi, aber so heißt du gar nicht, oder? Das ist korrekt. Danke für die Einladung. Erdi ist tatsächlich ein Spitzname von mir, den führe ich aber schon mittlerweile 28 Jahre mit mir. Also das ist eine Geschichte, die kommt aus meiner frühen, frühen Kindheit. Mein Onkel, weil ich als Kind so viele Geschichten erzählt habe, wohl auch mal Quatsch zwischendurch und immer auf dem Fußboden gespielt habe, hat mich mein Onkel damals betitelt als Erdi Hensel. Und irgendwie ist das hängengeblieben. Also in den Teenagerjahren, wo das dann mit Online-Gaming und so losging, habe ich dann einen Namen gesucht und der ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und seitdem kennt mich eigentlich jeder vom Mitbewohner bis hin zu allen Leuten aus der Abgefahren-Community nur unter Erdi. Großartige Geschichte. Du sagst gerade schon, wo wir heute vor allem drüber sprechen wollen und das ist die Abgefahren-Community. Aber erstmal möchte ich mit dir ein wenig darüber sprechen, wie du überhaupt zum Simracing gekommen bist. Ich habe tatsächlich schon online gelesen, du bist mal, wenn man das überhaupt Simracing nennen darf, aber trotzdem, das ist so ein bisschen dein Anfang gewesen. Du hast mit 4D-Sports angefangen. Was ist das und wie bist du dazu gekommen? Ach, das ist noch auf Windows 95 gewesen. Mein Bruder, der ist ein bisschen älter als ich, der hatte damals so eine Diskette und da war 4D-Sports drauf. Das war wirklich so Pseudo-3D und mit Sprüngen und man konnte seine eigene Rennstrecke bauen und ich weiß gar nicht, damals gab es den Contouch, gab es da einen Jaguar und das waren so die ersten Erfahrungen, die ich irgendwie mit einem Rennspiel gemacht hatte. Aber das ist sehr weit weg von Simracing, also, aber das waren so die ersten Dinge, wo ich Fahrzeuge virtuell gesteuert habe, ja. Warst du davor auch schon Motorsport-Fan? Motorsport-Fan? Ich würde sagen, mein Vater, der hat sehr viel Formel 1 und DTM geguckt und das habe ich halt als kleines Kind immer mitgeschaut. Am Wochenende sonntags dann die Rennen verfolgt. Daher bin ich schon recht früh eigentlich auf den Motorsport geprägt worden, ja. Bis es dann mit dem Simracing losging, hat es aber noch einige Jahre gedauert. Wieso ist das erst so spät passiert? Das liegt an vielen Dingen. Also, ich bin gar nicht so der Computerspieler gewesen. Also, ich bin eigentlich immer an der Konsole unterwegs gewesen. Deswegen ist auch so die erste Simulation, die ich irgendwie benutzt habe, das war Sega GT 2000. Das war noch auf der allerersten Xbox. Es muss so 2001, 2002 gewesen sein und dann halt mit Forza Motorsport weitergemacht. Die Liebe zum Motorsport war eigentlich immer da. Ich habe auch so RC-Fahrzeuge, also ferngesteuerte Fahrzeuge gemacht und bin da an der Niederelbe damals irgendwann mal Meister geworden, aber das ist auch schon 20 Jahre her. Bis es dann richtig zum Simracing kam, ja, da habe ich halt den typischen Weg genommen, wie viele bei uns aus der Community, über Duki, quasi Videos auf YouTube gefunden. Und ja, davor war ich eigentlich eher so im Fußball präsent, also mit Pro Evolution Soccer und FIFA. Da bin ich mir da viele Jahre um die Ohren geschlagen. Was hat dich damals an den Videos von Duki Hauser so fasziniert? Ich glaube, so eine lockere Art. Man hat einfach gemerkt, dass er beim Autofahren wahnsinnig viel Spaß hatte und das nicht zu ernst genommen hat. Das war halt eher so wie ein Kumpel, dem man zuguckt oder der mit dir irgendwie im Auto unterwegs ist und einfach Quatsch macht. Und das hat eigentlich mich sehr, sehr dazu verleitet, das auch mal auszuprobieren. Und damals war das Project Cars 1, war die erste Simulation, die ich da ausprobiert habe. Wir sind jetzt schon mittendrin im Thema, nämlich in der abgefahrenen Community und nimm uns doch mal mit, du bist in der abgefahrenen Community jetzt tatsächlich auch einer derjenigen, die die Community steuern, verantwortlich sind. Erzähl doch mal erst mal, wie die abgefahrenen Community entstanden ist. Also die abgefahrenen Community hat sich eigentlich aus Dukis YouTube-Kanal herausgegründet. Das war, muss so 2015 gewesen sein. Da hat Duki immer seine Community-Rennen veranstaltet. Also die Community-Rennen waren tatsächlich vor der Community da. Und dabei ist dann einfach entstanden, dass viele Leute Lust hatten, halt nicht nur alle zwei Wochen oder einmal im Monat, wenn Duki sein Community-Rennen gemacht hatte, gemeinsam Rennen zu fahren, sondern häufiger. Und da sind auf jeden Fall ein paar Personen, die richtig wichtig für die Community sind. Zum Beispiel Christian Paul, der hat das Ganze damals mit der Steam-Gruppe angefangen. Also die Community ist eigentlich aus einer Steam-Gruppe erwachsen und da gibt es noch Jeb und Jupp und Andreas Kinder, die da am Anfang sehr, sehr viel in die Wege geleitet haben, damit wir eben so eine große Community werden können. Und das sollte man nicht vergessen, woher wir eigentlich kommen. Eigentlich eine Steam-Gruppe. Tja, und im Mittelpunkt stand eigentlich immer auch vor allem Duki Hauser, aber der ist nicht mehr da. Ganz viele Menschen, da bin ich mir sicher, auch ganz viele Zuhörer hier fragen sich, wo ist der hin? Kannst du da ein paar Antworten geben vielleicht? Ja, also Duki, natürlich unser Namensgeber mit abgefahren, war ja eigentlich immer sehr aktiv auf YouTube. Da hat sich aber, glaube ich, einfach über die ganzen Jahre auch die Interessen so ein bisschen verschoben. Duki hat das ja sehr, sehr aktiv gemacht, war immer eigentlich dabei. Einer der großen YouTuber, die das Sim-Racing im deutschen Bereich gemacht haben. Und ich glaube einfach über die Jahre ist da vielleicht einfach die Interessen ein bisschen verschoben. Und ja, Duki ist leider nicht mehr ganz dabei. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir da, ja, ein Beef zwischen uns haben, sondern Duki hat sich da einfach ein bisschen rausgenommen. Das hat natürlich für uns auch ein paar Probleme hervorgebracht. Die neuen Mitglieder der Community sind ein bisschen zurückgegangen, aber ja, Duki leider nicht mehr ganz so aktiv dabei. Wie war die Stimmung bei euch in der Community, nachdem er den Hut genommen hat quasi? Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, Duki war zwar immer so ein bisschen der Schirmherr bei uns und unser Zugpferd, würde ich mal sagen. Aber nach der Gründung der abgefahrenen Community hat sich das schon eigentlich so ein bisschen getrennt. Also Duki hat zwar seinen YouTube-Kanal weitergeführt und war auch immer bei den Ligen involviert und die Community-Rennen, die waren immer im Zusammenhang mit seinem YouTube-Kanal und ja, wir haben aber eigentlich parallel unsere Ligen eigenständig organisiert. Das heißt, als Duki so ein bisschen weniger aktiv wurde, war die Stimmung jetzt bei uns nicht ganz schlimm. Ich meine, wir haben natürlich das Schade gefunden, dass er nicht mehr dabei ist und die Werbung für unsere Community ist natürlich auch zurückgegangen. Wir haben weniger Teilnehmer in den Ligen, aber der harte Kern ist eigentlich da und wir machen das immer noch genauso mit Herzblut und Liebe weiter, wie in der Zeit, als Duki noch für uns Werbung gemacht hat. Also gab es keine Überlegungen bei euch zu sagen, Duki ist weg, jetzt wissen wir nicht mehr, wie es weitergehen soll? Die Überlegungen, ob es bei uns weitergehen sollte, waren eigentlich nie da. Also wir haben das so vorangetrieben, dass es weitergeht, war von Anfang an klar, weil wir ja auch, wie gesagt, das schon so ein bisschen getrennt haben. Sicherlich ist das ein bisschen mit einem schmerzenden Herzen zu sehen, wenn die ganze Arbeit, die man in so eine Ligaorganisation reinsteckt, am Ende dann nicht mehr für... Ach, es gab Zeiten, da hatten wir 60 Anmeldungen auf eine 30-Plätze-Liga und heutzutage freuen wir uns, wenn wir 20 oder 25 Plätze vergeben können. Das schmerzt natürlich schon und viele von den alten Hasen sind halt auch mit der Zeit immer abgesprungen, weil es halt nicht mehr das ist, was es früher war mit den Zahlen. Und Simracing ist mittlerweile so groß, dass Abgefahren auch nicht mehr die ganz, ganz große Liga ist. Wir spielen nicht mehr ganz oben mit, da haben sich jetzt sehr, sehr professionelle Organisationen eben aufgetan. Aber dass wir die Community jetzt einstampfen, das steht eigentlich außer Frage. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung, in der ich euch gerne Virtual Racing vorstellen möchte. Auch dieser Podcast ist ein Angebot der Virtual Racing Community, die über 500 Fahrern in über 20 Rennserien ein Zuhause bietet. Von Tourenwagen über GT-Boliden bis hin zu Prototypen und Formelfahrzeugen aus Historie und Neuzeit. Egal in welchen Rennwagen ihr euch am wohlsten fühlt, in der Virtual Racing Community werdet ihr höchstwahrscheinlich fündig werden. Das alles findet statt auf der Bandbreite der 5 beliebtesten Simracing-Simulationen. A-Factor 2, iRacing, Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione und Raceroom Racing Experience. Damit euch eure Liebsten bei den Rennen zuschauen können, werden die Rennen von den Kommentatoren von Virtual Racing auch live in eure Wohnzimmer übertragen. Bei den Langstreckenrennen sogar 24 Stunden lang am Stück. Alle Informationen bekommt ihr auf der Homepage oder im Virtual Racing Forum mit über 25.000 Mitgliedern. Schaut also vorbei auf www.virtualracing.org. Jetzt aber zurück zu unserer Folge mit Erdi Hänsel. Jetzt gucken wir mal wieder ein bisschen mehr in die Zukunft. Die Geschichte mit Duki Hauser lassen wir jetzt erstmal ein bisschen außer Acht. Erstmal natürlich nochmal schöne Grüße an Duki Hauser, falls ihr das hört. Ich glaube, alle Fans der abgefahrenen Community wünschen sich, dass es ihm gut geht. Und ja, so viel auf jeden Fall nochmal dazu. Das muss gesagt werden, aber jetzt gucken wir ein bisschen nach vorne. Wie wollt ihr denn sicherstellen, dass es euch auch ohne Duki Hauser in Zukunft weitergibt? Die letzten, ich glaube Duki macht jetzt schon seit anderthalb Jahren ungefähr, ist da ein bisschen Sendepause. Wir haben ja 2020 noch mit der AVD GT Challenge eine große erfolgreiche Liga gehabt. Und auch mit der darauffolgenden Ravenol GT Challenge haben wir in ACC eigentlich sehr viel Erfolg noch gehabt. Wie es jetzt in Zukunft weitergeht, also aktuell laufen bei uns noch eine R-Faktor 2 Nesca Liga. Die geht demnächst bald los. Und wir sind mit der AC Pro Car Revival sind wir auch noch am Start. Und im zweiten Halbjahr werden wir sicherlich in ACC wieder was machen. Wir gehen eigentlich über unseren Instagram Account. Da machen wir sehr viel Werbung. Und ja, also ich glaube nicht, dass wir noch die Ambitionen haben, eine der größten deutschen Ligen zu sein. Wir suchen so ein bisschen auch die Nähe zur Virtual Racing. Da sind wir eigentlich ganz gut verwurzelt, vor allen Dingen auch im R-Faktor-Bereich herrscht da schon über Jahre eine gute Zusammenarbeit, eine gute Kooperation. Und ich denke mal, wir als abgefahrenen Community werden da so ein bisschen mehr aktiv sein. Also viele von unseren Teams, die sich bei uns gegründet haben, fahren ja sowieso auch in den großen Ligen bei der VR mit. Und ich denke, das wird auch in Zukunft eine gute Zusammenarbeit geben. Du hast das gerade schon angeschnitten. Ihr habt mit dem AVD und mit Ravenol auch zusammengearbeitet schon. Wie lief das? War das eine gute Erfahrung? Da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Da ist der Andreas Kinder und der Jared Stab, Mats Schober, das sind so bei uns die Organisatoren der ACC-Ligen. Die haben dort eigentlich sehr viel mit Ravenol und AVD zusammengearbeitet. Ich kann nur von außen sagen, das hat für uns nochmal sehr viele Leute auch wieder in die Community gebracht. Von daher denke ich, war das schon auch eine Sache, die wir nicht missen wollen. Und das war auf jeden Fall ein großer Erfolg auch für uns. Das sind auf jeden Fall die Meisterschaften, wo auch Qualität vorhanden ist oder war. Ich möchte jetzt mit dir auch über was anderes reden, denn ihr habt ja auch eine ganz interessante Geschichte erschaffen für Simracing-Einsteiger, nämlich eure Rookie-Ligen. Erzähl doch mal, wie diese Rookie-Ligen aussehen und warum ihr auch auf die Idee gekommen seid von diesen Meisterschaften. Ja, also wir haben natürlich, wie gesagt, 2015 mit unserer Steam-Gruppe angefangen. Und die ersten Ligen, die sich da gegründet haben, das waren unsere Assetto Corsa GT3-Ligen. Die liefen dann, glaube ich, bis 2017 hatten wir dort Ligen. Aber über Dukis YouTube-Kanal kamen halt eben viele Leute, so wie ich, damals in die Community. Wenig Simracing-Erfahrung. Und damals haben sich Jupp und Christian Paul, die haben sich damals gedacht, Mensch, das wäre doch vielleicht ganz cool, wenn man sowas wie eine Simracing-Schule oder Akademie aufbauen würde. Und daraus ist bei uns eben die Rookie-Liga entstanden, die explizit an Simracing-Neulinge gerichtet ist. Also da gibt es immer Pre-Season-Events und da schauen wir uns an, wer da Interesse hat an einer Liga und auch, wie das Leistungsniveau ist. Also es kommt schon häufig vor, dass wir sagen, Mensch, du bist aber ganz schön schnell, möchtest du nicht eigentlich lieber in der höheren Liga mitfahren? Ansonsten sind es halt echt gerichtet an Neulinge. Also da werden Fahrzeuge gefahren wie der BMW M235i Racing. Das ist so unser, glaube ich, allseits beliebtestes Rookie-Liga-Auto. Aber auch mit dem MX-5 Cup sind wir gefahren, mit dem Audi TT, mit einer Ginetta sind wir gefahren. GT4, das ist, glaube ich, die Rookie-Liga, wo wir die meisten eigentlich an die Community binden konnten. Das sind halt wirklich Ligen fürs Fahren lernen. Also wir machen das auch immer so, dass wir dort gemeinschaftlich trainieren. Also da geht es bei uns eigentlich eher darum, dass man gemeinschaftlich besser im Simracing wird. Und eben das hat sich auch so ein bisschen auf unsere Kultur in der Community ausgeweitet. Wie stellt ihr sicher, dass in diesen Meisterschaften keine zu starken Piloten an den Start gehen? Ja, also wie stellt man das sicher? Wir haben quasi diese Pre-Season-Events, da sind meistens in der Rookie-Liga zwei oder drei Stück. Und da schauen wir uns halt wirklich die Rundenzeiten pro Fahrer an. Meistens ist da bei diesen Pre-Season-Events noch einer von den erfahreneren dabei, sodass wir auch ein bisschen im Vergleich sehen können, wie schnell ist jemand, wie gut ist er auch im Zweikampf. Weil es bringt ja wenig Leuten, wenn die in der Liga einfach vorneweg fahren und da alle anderen in Grund und Boden fahren. Von daher, ja, es geht über Rundenzeiten, es geht über Fahrzeugbeherrschung, es geht über das Zweikampfverhalten, da wird halt viel, viel geschaut und auch in den Trainings, auf dem Trainingsserver wird ein bisschen geguckt und dann kann man das schon so ein bisschen heraussieben, wer wirklich vielleicht so gut ist. Es ist nicht immer ganz einfach, weil wir haben auch schon in der Vergangenheit feststellen müssen, dass wenn man viele Neulinge zusammenschmeißt, einige profitieren da halt sehr, sehr viel von und starten meistens richtig durch. Die sind am Anfang der Liga noch gar nicht so gut dabei und das Leistungsniveau steigt über so eine Saison eigentlich rapide an, sodass wir in der Vergangenheit eigentlich immer mit einem schwachen Fahrerfeld gestartet sind und am Ende der Liga hatten wir eigentlich immer schon sehr gute und kompetitive Fahrer dabei. Das ist ein bisschen schwierig, da jemanden rauszusieben, der vielleicht am Anfang noch ein bisschen unterm Radar fliegt und am Ende dann alle in Grund und Boden fährt. Aber wir versuchen da eigentlich immer unser Bestes zu geben. Also während der Meisterschaft haut dir dann niemanden raus, weil er zu gut ist? Nein, 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 das machen wir nicht. Was wir eigentlich haben, ist so eine Regel, dass man drei Saisons in der Ruki-Liga mitfahren darf, außer wir entscheiden am Ende, dass jemand schon so große Fortschritte gemacht hat, dass er in unsere höheren Ligen mitfahren kann. Meistens ist es halt auch nicht so der Sinn, dass derjenige, der die Liga gewonnen hat, dann nochmal mitfährt. Also eine Verteidigung des Ruki-Meistertitels, das gibt es bei uns eigentlich nicht. Ich denke auch nicht, dass das der Sinn ist. Aber nach drei Saisons sind eigentlich die meisten Fahrer so weit, dass man sie auch in unsere höherwertigen Ligen lassen kann. Sicherlich werden sie da nicht vorne mitfahren, denn dafür ist das Niveau in den anderen Ligen halt auch einfach schon ein bisschen zu hoch. Aber Fahrzeugbeherrschung und Racecraft sollten eigentlich an dem Zeitpunkt dann so gut sein, dass man da ohne Bedenken auch in kompetitiveren Ligen mitfahren kann. Wie viele Meisterschaften hattet ihr in der Spitze gleichzeitig am Laufen? Über alle Simulationen hinweg waren das, glaube ich, vier Stück. Also wir hatten jeweils eine in R-Faktor, eine in ACC. Das waren dann die GT3-Ligen, AVD oder Ravenol. Und wir hatten meistens zwei Ligen in ACC am Laufen. Eben einmal die Ruki-Liga, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und meistens hatten wir dann noch eine weitere Liga. Also da haben wir von DTM über GT3-Ligen über TCR und Super Trofeo eigentlich schon sehr, sehr viel am Start gehabt. Unterm Strich also sehr viele Fahrer, die, naja, es zu unterhalten gilt, auch abseits der Meisterschaften. Und da würde ich mit dir jetzt am liebsten mal drüber sprechen, weil ich habe dich vorhin gefragt, was macht denn die abgefahrenen Community besonders? Und da hast du gesagt, es gibt bei euch eigentlich nie Zeitpunkte, wo niemand online zu finden ist. Und deshalb bin ich da so gespannt, wie schafft ihr das, so viele Mitglieder so sehr bei der Stange zu halten, dass sie zumindest so gut wie immer da sind und zusammen auch Lust haben, die Zeit zu verbringen? Ich glaube eben, das kommt viel aus unserer Kultur, die wir bei den Ruki-Ligen leben. Und zwar haben wir da eigentlich immer alle Leute dazu aufgemuntert oder ermutigt, einfach in TS zu kommen und gemeinsam zu trainieren. Weil da sind dann immer erfahrene Fahrer dabei, die dir wirklich auch Tipps geben. Und bei uns ist es eigentlich immer kein Ding, dass auch jemand, der vielleicht nicht in der Ruki-Liga mitfährt, der kommt dann einfach mit auf den Trainingsserver und vielleicht sogar der Meister aus der letzten GT3-Liga und zeigt dir quasi oder schaut sich ein paar Runden von dir an und gibt dir Tipps, sagt dir, wo du einlenken musst, Bremspunkte generell. Oder es wird zum Beispiel auch gemeinschaftlich auf der Strecke gefahren. Also da wird dann richtig quasi ein Coaching gegeben. Und das hat sich halt einfach über die Jahre immer mehr dazu entwickelt, dass ein Pool an Leuten und an Fahrern abends definitiv online sind und einfach ihren Abend bei uns ausklingen lassen mit nicht nur Simracing, sondern wir machen viel Geogässer oder auch Gartik-Phone. Und da gibt es dann wirklich Abende. Neulich hatten wir wieder so einen, da habe ich, glaube ich, so stark gelacht wie seit Jahren nicht mehr. Ich bin hier fast vor dem Rechner gestorben. Ja, also wir sind eher mittlerweile wie so ein großer Stammtisch, wo eigentlich jeder willkommen ist zum Mitmachen und zum sich Kaputtlachen. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass wir die Leute ermutigen, bei uns einfach in den TS zu kommen und einfach dabei zu sein und mitzumachen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann macht ihr ja tatsächlich dort Geschichten, die eher einem Spieleabend ähneln, also auch überhaupt nicht unbedingt was mit Gaming zu tun haben. Wie schafft ihr das, die Menschen auch gesellschaftlich zu binden? Ja, solche Spieleabende, die entwickeln sich eigentlich ganz spontan bei uns. Es gibt quasi keinen, wo das jetzt festgelegt ist. Wir haben auch schon überlegt, ob wir das mal machen, quasi zu sagen, ja, am Dienstag oder so ist wieder eine Runde das und das dran. Aber meistens läuft das so, dass die Leute quasi im TS bei uns sitzen und sich unterhalten und irgendwann wirft eine ein, ey, hat jemand Lust, noch eine Runde Gartic-Phone zu spielen oder Geogesser? Und meistens schrufen dann gleich sechs, sieben Leute, ja, ja, ich bin dabei. Und so entwickeln sich dann eben solche Spieleabende, sage ich mal, bei uns in der Community. Damit verbringt ihr ja auch viel Zeit, nicht nur auf der Sim-Racing-Strecke. Schafft ihr es auch, euch abseits der virtuellen Welt zu treffen? Ja, da gibt es natürlich die Gelegenheit, das immer über die Sim-Expo zu machen. Und in den Jahren vor der Pandemie haben wir da eigentlich immer zu so einem abgefahrenen Meet & Greet ausgerufen, sodass wir bei der Sim-Expo am Nürburgring immer verschiedene Events auch hatten. Und wir hatten dort in Race Room mal so ein größeres Event geplant, wo wir dann wirklich dort in den Simulatoren gefahren sind. Ansonsten ist dort eigentlich immer so ein Tag oder ein Nachmittag reserviert, wo man alle zusammenkommt, ja, sich dort austauschen kann mit den Leuten. Und das ist immer ganz witzig, wenn man dann Leute das erste Mal trifft, wie man vielleicht schon anderthalb Jahre online gesehen hat oder online gehört hat und dann plötzlich in Persona vor sich sieht. Und da haben sich auch tatsächlich viele Freundschaften so entwickelt, die dann ja auch länger anhalten und eigene Teams draus gegründet sind. Und die sehen sich natürlich auch untereinander häufiger. Ja, aber so dieses Sim-Racing-Expo-Meet & Greet, das gab es eigentlich jedes Jahr. Und ich hoffe auch, dass es dieses Jahr wieder stattfinden wird, auch wenn es nicht die Sim-Expo am Nürburgring wird, sondern in Nürnberg am Norisring. Aber ich denke, da können wir auch ein paar Leute zu ermutigen, da vorbeizuschauen. Erdi, ich würde jetzt langsam aber sicher auf die Zielgerade einbiegen und mit dir natürlich auch noch für unsere Kategorie des Beyond Sim-Racing-Boxen-Geflüster über etwas sprechen, was du oder was ihr in der abgefahrenen Community besonders gut könnt. Und ich fand das Thema mit den Rookie-Ligen am interessantesten tatsächlich. Und deshalb würde ich mit dir darüber nochmal reden. Ihr habt da wirklich eine Fülle von Piloten, die noch sehr wenig Erfahrung haben. Wie schafft man es dort, diese Meisterschaft auch aus der Sicht der Disziplin aufrechtzuerhalten oder der Fairness? Weil wenn die Piloten nicht viel Erfahrung haben, dann passieren ja auch öfter Fehler, zum Beispiel vor allem in der Startphase. Wie handelt ihr das, dort die Leute halbwegs vernünftig durch die Meisterschaft zu bringen? Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, wir haben uns eigentlich mal angewöhnt. Also bei uns gibt es natürlich immer eine Reko-Sitzung. Und wir schauen uns dafür aber auch immer die Startphasen an und geben quasi nach jedem Rennen ausführliche Tipps. Und in der Fahrerbesprechung wird viel darüber gesprochen, eben über wie man sich auf der Strecke zu verhalten hat. Und wie ich das schon vorhin angesprochen hatte, dieses im TS sitzen und miteinander zu trainieren, ist glaube ich das, was am meisten für uns in der Rookie-Liga was bringt. Und bisher war es auch immer so, dass die Leute, die das in Anspruch genommen haben, ich meine, wir können natürlich nicht jeden dazu zwingen, das zu nutzen. Aber die Leute, die das nutzen, die haben da am meisten profitiert von. Und klar, die ersten zwei Rennen sind meistens immer chaotisch, weil sich doch irgendwie dieses Gerücht hält, die Rennen werden in den ersten Kurven gewonnen. Aber wir kriegen das eigentlich ganz gut hin, mit Tipps und Videos und Hilfestellung dieses Gerücht aus den Menschen rauszutreiben, sodass am Ende der Saison wirklich ansehentliche Rennen rauskommt. Inwiefern setzt ihr da dann auch Strafen ein? Ist das eher, wie du schon sagst, vor allem die kommunikative Ebene, dass man nochmal darauf hinweist, Hilfestellungen gibt? Oder gibt es bei euch dann natürlich auch Strafen, wenn es sein muss? Also wenn es wirklich sein muss, vergeben wir auch Strafen. Aber die sind jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt den Spaß den Leuten nehmen oder die müssen jetzt eine Lehre davonziehen. Sondern es gibt dann meistens eine Strafe, aber darunter gibt es dann immer noch einen Absatz von das und das sehen wir als nicht gutes Verhalten auf der Strecke an. Und bitte versucht das in den nächsten Rennen ein bisschen anders zu gestalten. Tipps und Tricks, wie man das machen kann. Und das sind auch nie Strafen, die jemanden da wirklich weit zurückwerfen. Das Jahr 2022 ist jetzt schon bald drei Monate alt. Erdi, was sind eure Pläne für das Jahr 2022 bei der abgefahrenen Community? Ja, also wir wollen natürlich weiterhin irgendwie der Anlaufpunkt für neue Simracer sein. Und der große Plan, wie es dann weitergeht in Zukunft, ich glaube, da gibt es gar nicht so ein wirkliches Ding, was wir uns da vorgenommen haben. So ein bisschen Umstrukturierung findet gerade hinter den Kulissen bei uns statt. Und wenn das durch ist, denke ich, kann man da auch dann mehr bei uns auf der Website erfahren. Erdi, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche euch und der ganzen Community hoffentlich eine Zukunft mit ganz viel Spaß und Freude am Simracing. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen und ich fand es wirklich sehr interessant, mit Erdi darüber zu reden, was mit Duki Hauser passiert ist und wie die Community damit zurechtkommt, dass derjenige, der sie gegründet hat, jetzt nicht mehr da ist. Ich bin wirklich sehr gespannt auf eure Nachrichten. Schreibt uns gerne auf Facebook, Instagram oder unter dem Podcast auf YouTube. Welche Erfahrungen, welche Erinnerungen verbindet ihr mit Duki Hauser? Und wie sehr würdet ihr euch wünschen, dass er vielleicht in Zukunft nochmal in die Simracing-Welt zurückkommt? Wir freuen uns auch über jeden Gastvorschlag von euch und freuen uns sehr, wenn ihr euren Wunsch entweder ebenfalls unter den YouTube Podcast schreibt oder auf Facebook, Instagram oder natürlich auch auf Spotify in der Frage- und Antwort-Funktion hinterlässt. Wir wünschen euch jetzt noch zwei angenehme Wochen, bis ich den nächsten Simracing-Akteur aus der deutschsprachigen Community interviewen darf. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, keep Simracing und ciao!